Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Weltquest Erinnerungskrise. Die spielt sich ab in der Bastion in diesem Gebiet. Ich bin einfach von diesem Flugpunkt aus gestartet und hier diese Wege entlang gelaufen. Weltquest ist noch nicht gestartet. Mal sehen, ab welchem Punkt es passiert. Weitere Weg der Weisheit. Okay, aha und jetzt startet es. Nun heißt es zweifelnde Akolyten bezwungen und feinselige Erinnerungen getötet. Die Akolyten sind diese Engel hier und der wird zweifeln. Oh, da sind auch gleich zwei. Und wie ihr seht, muss man sie nicht ganz töten. Die laufen weg nach einer Zeit. Zumindest ist es dann wir weggelaufen. Okay, die habe ich ganz umgehauen. Interessant. Hier ist noch so einer. Weifelhafte Akolyten. Ja, und die hat vor dem Ende aufgehört zu kämpfen. Mal schauen, wie es hier ausschaut. Ich nehme die Quest auf dem Beta-Server auf. Also wundert euch nicht, dass hier so wenig los ist. Oh, jetzt hat es geweckt. Aber es geht weiter. Werde ich so lassen. Werde ich nichts schneiden oder sonstiges. Und wir sehen, nicht alle Mobs in diesem Gebiet gehören zu diesen feinseligen Erinnerungen. Also die, was hier so sind, zählen nicht dazu. Man ändert sie natürlich, wenn man kämpft, mit Flächenschaden. Aber das ist egal. Finde ich jetzt. Feld-West-Gebiet ist ziemlich groß. So, das ist der siebte zweifelnde Akolyt. Ja, kommt her. Da nutze ich meinen Cooldown. Wunderbar. Da unten sind auch noch welche. Und ich glaube, mit diesem Volk wird die Welt-West fertig. Schauen. Nein, wird sie nicht. Ich benötige noch einen Haufen feinseliger Erinnerungen. Okay. Habe ich übersehen, dass mir so viele fehlen. Hier sind noch welche. Gleichbierstück. Wunderbar. Was ist das überhaupt der Minimap? Oh. Mir geht das Leben aus. Nicht optimal. Da wird mir nichts angezeigt. Ah, hier sind auch noch welche. Okay. Jawohl. Wunderbar. Okay. Mit dem könnte ich es jetzt schaffen. Wow. Jawohl. Welt-West ist fertig. Ähm. Ich mache mal Schatten-Mimik. Und hau hier ab. Ja, hoffe mein Video konnte euch helfen, die Welt-West abzuschließen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen. Ganz einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und gutes Gelingen. Eizocke. Ende.